Hallo zusammen, heute geht es um den Stromverbrauch von 12 Wohlkühlschränken im Wohnmobil, Boot oder auch der Alphütte. Wir kriegen sehr viele Reklamationen, in Anführungszeichen, dass der Kühlschrank zu viel Strom braucht und dass er zu wenig kühlt. Muss der Kühlschrank schuld sein. Meistens ist es nicht der Kühlschrank, sondern die Einbausituation. Wir haben erstens das Problem der Spannungsversorgung. Das heisst, wenn ich so einen Kühlschrank hier anschaue, habe ich hier hinten von uns aus ein Stück Kabel, 50-60 cm, und dann wird das zu dünn verdrahtet. Also wenn ihr Probleme habt, im ersten Schritt, dass der Kühlschrank zu viel Strom braucht, misst den Spannungsabfall. Bevor ihr irgendwas macht, einfach den Spannungsabfall messen. Und zwar geht das über so ein einfaches, einschalten das Teil, so ein einfaches Voltmeter, mit dem Voltmeter hier direkt am Kompressor, plus und minus, die Spannung messen. Dann werde ich die Netzspannung haben, das heisst, ich messe die Spannung, die an sich auch auf der Batterie liegt. Und wenn ich jetzt den Kühlschrank einschalte, bei den Dampfwurstkompressoren startet der Kühlschrank, dann geht es 30 Sekunden und dann fängt er mit der Drehzahl hochzudrehen. Das könnt ihr beobachten, wie dann die Spannung zusammensackt. Jeder hat einen Spannungsabfall. Wenn jemand behauptet, ich habe keiner, dann lügt er mich schon mal an. Wenn ich nach dem Spannungsabfall frage. Jeder Spannungsabfall ist messbar, auch wenn ihr so dicke Kabel habt mit dem Kupfer innen drin. Ihr werdet den Spannungsabfall messen können. Jetzt messt ihr zuerst mit der Spannung, wenn der Kühlschrank nicht läuft. Da habt ihr die Batteriespannung. Nehmen wir an, das ist 13,1 Volt. Jetzt schaltet der Kompressor ein, er läuft die 30 Sekunden hoch und dann misst ihr nochmals. Oder permanent so messen, hier so angeschlossen. Dann habt ihr zum Beispiel 12 Volt. Jetzt müsst ihr die 13,1 minus die 12 Volt rechnen. Dann habt ihr einen Spannungsabfall von 1,1 Volt. Ist ja nicht so viel. Aber bei 12 Volt sind das 10 Prozent, die nicht der Kühlschrank mehr braucht, sondern die Elektroinstallation. Am Ende verlinke ich euch ein Video über eine tolle Elektroinstallation. Was viele auch sagen, dieser Lüfter ist zu laut. Über Lautstärke diskutiere ich nicht, weil die einen hören, die Fliegen husten und die anderen verfluchen das Husten. Wir haben zum Beispiel so einen grünen Widerstand. Den könnte man hier dazwischen machen. Der hat einen Thermostat dran. Das ist so ein Knallfrosch-Thermostat. Sobald der hier um die 38 Grad hat, hier hinten, fängt der Lüfter an, Volllast zu laufen. Ich brauche die Volllastleistung des Lüfters, wenn es warm ist. Also wenn ihr jetzt hier so einen öko-idealer Top-Lüfter reinbaut, der weniger Strom braucht und leiser dreht, dann ist das eher kontraproduktiv. Vor allem, wenn es warm ist und vor allem, wenn das Gerät noch relativ scheissig eingebaut ist. Das Gerät scheissig eingebaut. Ich habe hier das gleiche an sich, wie hier drin sitzt. Und wenn ich diesen Kühlschrank hier anschaue, das ist ein Slim, also eine schmale Version. Wir haben ja heute bei den Wohnmobilen drei Normen. Die eine ist 52,5, dann 48,5 breit und 42 cm breit. Und hier haben wir genau das gleiche. Wir haben hier den Kondensator, Lüfter, hier sitzt es jetzt umgekehrt, spielt nicht so eine Riesenrolle, ob zuerst der Lüfter kommt und dann der Kondensator, also in Luftrichtung und dann der Kompressor. Auch hier könntet ihr bei Plus und Minus die Spannung messen und dann haben wir das gleiche Ergebnis. Sehr viele Kühlschränke sind hier bei diesem Modell oder auch vom Mitbewerben, das spielt gar keine Rolle. Die sind dann so im Wohnmobil eingebaut, das ist toll. Hier habe ich die Lüftung, mit dem hat viele Camper, auch wenig Haare. Dann zieht es, wenn man vor dem Kühlschrank, es gibt einen Mitbewerb, zieht die Luft hier an, leitet sie nach hinten, zieht sie wieder nach vorn und hier bläst er die Luft wieder an den Kopf. Beziehungsweise er zieht die Luft hier wieder rein, wieder nach hinten und die Luft hier wird immer wärmer. Der Kühlschrank kühlt weniger und die Wärme, weil es die Luft hier hinten runden zieht, drückt es von hinten in den Kühlschrank rein. Das heißt, der Kühlschrank muss immer mehr arbeiten und er versteckt. Wir haben auch teilweise Situationen, wir bieten jetzt Schränke mit externen Kühlaggregaten, nicht nur mir, auch Mitbewerber. Und da ist das Problem, dass diese Aggregate hier komplett eingehaust werden. Das heißt, die Luft zieht sie an, durch den Lüfter und die läuft dann so rundherum. Die Wärme wird hier abgegeben, beziehungsweise es wird immer wärmer und das Ding bringt die Wärme nicht weg und es kühlt nicht mehr, weil im Kühlschrank wird es ja nicht kalt, da wird es nur weniger warm. Und das Kühlsystem nimmt die Wärme aus dem Kühlschrank raus und gibt sie hier an diesem Kondensator wieder ab. Durch das ist es weniger warm im Kühlschrank, wird die einen auch kalt. Aber wenn wir die Wärme hier nicht abgeben können, dann läuft sich der Kühlschrank zu Tode. Er braucht immer mehr Strom, weil er immer länger läuft. Und das ganze Kühlsystem braucht so viel Strom und eure Energiebilanz fliegt auf den Haufen. Ja, jetzt habt ihr so einen Kühlschrank. Bei uns empfehlen wir von unten her die Luft offen zu lassen, dass wir unten Löcher haben und die Luft hier hoch, dass die Luft über die Thermik hier oben weg kann. Jetzt haben wir Thermik, das heißt die warme Luft steigt von unten und oben weg. Bei diesem Kühlschrank hier dasselbe. Wir produzieren hier die Wärme. Wir empfehlen unten offen oder den Kühlschrank hier zu heben, dass wir unten Luft reinziehen können und hier die Wärme oben weg gehen kann. Thermisch, dynamisch, belüftet. Wir reden jetzt von einer erzwungenen Konvektion. Es gibt da Kühlschränke, die haben hier den Wärmetauscher, so ein Gitter auf der Rückseite oder wir haben Kühlschränke, vor allem freistehende Haushaltskühlschränke, die geben die Wärme auf der Seite ab. Diese Kühlschränke einzubauen ist natürlich nicht das Ideale, weil diese Kühlschränke, wenn ihr hier die Wärmeabgabe habt, auf der Seite und hier macht ihr ein Holzbrett drauf, ja gut, Holz isoliert nicht so gut, aber die Wärme geht trotzdem nicht weg. Jetzt mit dem Haushaltskühlschrank kommt noch was ganz anderes dazu. Wenn ihr einen Haushaltskühlschrank mit einem 12-Wohr-Kühlschrank vergleicht, dann vergleicht ihr Suppe im Kühlschränken. Den Katalog hier, den verlinke ich euch unten drin und wir nehmen jetzt irgendeine Seite, die Seite hier und hier haben wir den Stromverbrauch, Energieverbrauch. 5 Grad innen, 25 Grad außen, 10,25 Wattstunden pro Stunde, beziehungsweise 250 Wattstunden am Tag. Die maximale Leistungsaufnahme ist 70 Watt. So geben wir den Stromverbrauch an. Auch unsere Mitbewerber geben auf 12 Volt den Stromverbrauch so an. Das ist relativ ehrlich. Ihr könnt jetzt bei 25 Grad rechnen oder halt auch bei 32 Grad außen. Es gab früher eine DIN-Norm, deutsche Industrienorm. Da war noch die Industrie da und die haben Normen gemacht und da hat man einen Kühlschrank berechnet, die DIN 153. Und wenn ich diesen Wert, die 250 Watt, auf den Haushaltskühlschrank rechne, war die DIN-Norm etwa auf dem gleichen Niveau. Plus, minus, maximum 5% Abweichung. Heute haben wir ja die EN-Norm, die Europäische Union oder die Europäische Norm. Und wenn ich dann einen Kühlschrank, genau den gleichen Haushaltskühlschrank, mal mit der DIN-Norm rechnen, sind wir auf den gleichen Verbrauchen, die wir angeben, hat der Verbrauch auch 250 Watt. Aber wenn der gleiche Kühlschrank nach EN-Norm, heutiger EN-Norm, berechnet wird, dann liegt er rund 30 bis 40% tiefer. Jetzt kommt jemand und hat einen Katalog, einen Haushaltskühlschrank in der Größe, braucht dann 30% weniger Strom. Ja, klar, weil der wird anders berechnet. Es wird nicht gemessen, es wird berechnet. Die Formel habe ich mal irgendwo im Video gezeigt. Und wenn jemand den Energieverbrauch in EN-Norm berechnet, dann fliegt er schon mal auf die Schnauze, weil dieser Energiebedarf ist absolut praxisuntauglich. Also, durch das haben wir dann aber die bessere Energieklassifizierung, die ja durch die Scheiß-Messung natürlich auch ein Witz ist. Aber, wir kommen hier zu den Kühlschränken, die sind ja dynamisch belüftet. Eine erzwungene Konvektion, das heißt, der Lüfter bläst und bläst die Wärme hier durch den Wärmetausch. Ja, doch. Wichtig ist jetzt hier bei diesem Kühlschrank oder auch hier beim Kühllackegab, dass die Luft nicht wieder angesaugt wird. Oder, wie hier vorher erklärt, hier angesaugt und rundherum. Oder nach vorn und rundherum kommt aufs Gleiche raus. Oder den Kühlschrank hier fest eingebaut und rundherum. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, dies zu lösen. Und das ist das hier. Das ist, oh, äh, Aluplast. Das ist ein Aluminiumschlauch. Es gibt andere Schleiche, die sind so eine Spirale drum und so weiter. Aber diesen Aluminiumschlauch, der ist fest. Den kann ich dann ziehen, das ist, glaube ich, jetzt 1,50 Meter. Und den kriegt ihr in jedem Baumarkt. Und ich erzähle, das ist jetzt 125 Millimeter Durchmesser. Und den Rohrschlauch kann ich biegen. Und jetzt geht's los. Ich kann den Schlauch sogar ein bisschen quadratisch biegen. Ich biege den mir zurecht, dass er quadratisch ist. Und dann kann ich diesen Schlauch hier, mit ein bisschen Fantasie, mache ich hier mit dem Schraubenzieher ein Loch rein. Oder von Hand. Ich nehme den Kabelbinder hier. Wirklich primitive Lösung. Und mache den hier an das Aggregat hin. Ich biege den noch ein bisschen zurecht. Ich habe hier oben ein Loch. Ich habe hier den Lüfter, wo ich am Kabel anmachen kann. Ich kann das relativ primitiv hier montieren. Und ich kann den wegführen. Und dies, so sieht das aus. War nicht in der Kamera. Also hier primitiv angemacht mit einem Kabelbinder. Und dann funktioniert das eigentlich. Wir nehmen den wieder weg. Der hält wirklich. Den kann ich schneiden mit einer Schere. Ich kann den Kabelbinder anmachen. Und ich habe hier beim Aggregat diese vier Löcher. Und ich ziehe den Schlauch. 1,50 Meter kann ich den ausziehen. Und ich kann den auch oval drücken. Und ich bringe den hier dazwischen. Wirklich angesaugt. Und dann ziehe ich den Schlauch. Hier nach unten. Und so muss ich natürlich Platz haben. Ich kann so die Luft, wenn der Lüfter läuft. Und der Lüfter läuft immer. Kann ich hier unten die andere Luft anziehen. Und hier wegdrücken. Das heißt, ich habe hier am Kühler immer kältere Luft. Und zwar so viel kalte Luft, dass sie nicht hier rundherum läuft. Und wichtig ist, hier die Kälte zuzuführen. Oder frische Luft zuzuführen. Dass ich keinen Kurzschluss kriege und keine Erwärmung. Auch hier kann ich hier dran machen. Wichtig ist, dass ich die Luft irgendwo herziehe. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich den Schlauch weglege. Durch ein anderes Möbel. Beim Boden runter in die Pilge ziehe. Da habe ich Wassertemperatur. Da habe ich richtig kühle Luft. Und ich kann die Luft dann hier hochziehen. Klar, brauche ich hier hinten Platz. Ich brauche Luft. Aber so kann ich die Luftzufuhr regeln. Und wenn ihr so ein externes Aggregat habt, wie das hier. Dann ist es sehr einfach, da mit solch einem Aluminiumschlauch die Luft zuzuführen. Diesen Katalog hier, 2024, findet ihr auf der Homepage als PDF. Oder ich habe ihn unten im Videobeschrieb verlinkt. Vorher habe ich auch geredet über den Spannungsabfallmessen. Mache ich euch hier ein Video. Und dieser komische grüne Widerstand, hier, habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier unten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.